Hallo, mein Name ist Stefan Behring. Herzlich willkommen zum heutigen Software-Demofilm EVU Energie Kurzbericht. Warum gibt es diese Funktion EVU Energie Kurzbericht nun im Modul Energiemanagement? Bisher gab es ja bereits schon die Möglichkeit, einen ausführlichen Energiebericht über unser Modul zu erzeugen. Nun gibt es die Anforderungen von unseren Kunden, doch per Knopfdruck einen Energiebericht zu erzeugen und genau diese Anforderungen haben wir für Sie umgesetzt. Schauen wir uns das Ganze doch einfach im System an. Wir sind hier auf der Startprofilseite des Moduls Energiemanagement. Wir sehen hier Kosten und Verbräuche über alle Objekte auch in diesen grafischen Charts. Im oberen Bereich gibt es die Möglichkeit, die Energieberichte in der bisherigen Form zu starten. Nun haben wir aber für Sie eben über die Verbrauchstellen die Funktionalität geschaffen, den Energiebericht per Knopfdruck zu erzeugen. Wir gehen in die Verbrauchstellen, einfach mal hier in das technische Rathaus hinein und sehen zum technischen Rathaus unsere entsprechenden Messpunkte. Zu diesen Messpunkten sind über unterschiedliche Wege Rechnungen erfasst worden. Es gibt die Möglichkeit, die Rechnung manuell zu erfassen, über den Rechnungsworkflow oder eben über unsere im System standardmäßig vorhandene EVU-Schnittstelle. Nachdem die Rechnungen erfasst worden sind, gehe ich einfach mal auf unsere Verbrauchsstelle, Technisches Rathaus, habe hier oben diese Funktion EVU-Kurzbericht und habe hier an der Stelle die Maske, die ich bereits vorkonfiguriert habe. Im unteren Bereich klicke ich einfach auf Vorschau und schließen und es wird zu dieser Verbrauchsstelle unser Energie-Kurzbericht erzeugt. Wir finden hier in dem Energie-Kurzbericht eine Übersicht des Objektes, was das Baujahr und die Quadratmitte angeht. Auf der rechten Seite eine grafische Kostenstruktur. In dem zweiten Bereich finden wir die Verbräuche auf der linken Seite des Berichtsjahres mit absoluten Werten und Kennzahlwerten, die Kosten auf der rechten Seite mit absoluten Kosten und Kennzahlkosten. Und hier im unteren Bereich, dann grafisch dargestellt, finden wir für unsere Energie-Arten, Wärme, Strom und Wasser, die Kosten und die Verbräuche über die Laufzeit der Jahre, die wir entsprechend eingestellt haben. Unten rechts dann in dem Fall die CO2-Missionen für die Energiebereiche Strom und Wärme und entsprechend den Gesamtbereich. Also sehr einfach dargestellt, sehr einfach hier auch die Möglichkeit mit diesem tollen Bericht, das wirklich per Knopfdruck aufzurufen. Das Ganze können Sie natürlich auch mit einem mobilen Gerät gestalten. Das heißt, wir sind ja hier völlig unabhängig von der Geräteart und wenn Sie zum Beispiel in einer entsprechenden Sitzung sich befinden und benötigen einfach mal diesen Energiebericht, können Sie den auch über Ihr mobiles Gerät direkt abrufen aus dem System. Also eine sehr einfache, flexible Möglichkeit, die wir standardmäßig in diesem Modul für Sie bereitstellen. An der Stelle sage ich vielen herzlichen Dank und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Arbeiten mit Infoma. Vielen Dank. Vielen Dank.